Prinz William und Prinzessin Kate zeigen der Welt ihre ungebrochene Liebe. Auch nach 13 Jahren Ehe wirken sie verliebt wie Teenager. Trotz herausfordernder Jahre strahlen sie eine enge Verbundenheit aus. Royal-Expertin Roya Nika erzählt Fox News Digital von ihrer Beobachtung. Wenn man sie auf Terminen sieht, merkt man, dass sie noch immer sehr verliebt sind, sagt sie. Die beiden unterstützen sich öffentlich und sorgen füreinander. Einer schaut immer nach dem anderen, bemerkt Roya Nika. Bei einem gemeinsamen Termin in Southport zeigte sich ihre enge Bindung. Da wirkte Kate etwas verletzlich. Ich denke, sie stärken einander den Rücken, so die Expertin. Der Prinz und die Prinzessin von Wales lernten sich 2001 als Studenten kennen. An der Universität St. Andrews funkte es zwischen ihnen. Bald wurden sie ein Paar und zogen gemeinsam in eine WG. Nach einigen Unterbrechungen verlobten sie sich 2010. Am 29. April 2011 feierten sie ihre Märchenhochzeit in der Westminster Abbey. Über 72 Millionen Menschen verfolgten live ihre Vermählung auf YouTube. Damals tauschten William und Kate viele verliebte Blicke aus. Auch 13 Jahre später ist die Leidenschaft zwischen ihnen ungebrochen. Ihre gemeinsame Geschichte ist ein echtes königliches Liebesmärchen. Mit ihren drei Kindern bilden sie eine glückliche Familie. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis kompletieren ihr Glück. Die Welt schaut bewundernd auf dieses royale Traumpaar. William und Kate zeigen, dass wahre Liebe auch im Rampenlicht bestehen kann.